Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Raftalder mit Red. Raftalder? Raftalder, Raftalder mit Red hier. Wir sind auf unserem kleinen Flößchen hier an unserer Insel, wo wir letztes Mal den Sonnenuntergang genossen haben. Er hat hier gerade eine Million, Alter. Ich weiß gar nicht was heute das Ziel ist. Sicher mal ein bisschen Fluss erweitern oder? Ja heute ist unser Ziel erstmal die Insel von unten zu looten. Stimmt ja. Genau deswegen ich hab mir jetzt noch einen neuen Haken gemacht weil mein erstes gleich kaputt ist. Und ich werde jetzt erstmal ins Wasser springen und den Hai töten. Das wäre entspannt. Stimmt. Ich mache mir noch ganz... Ach, scheiße, aber ich habe, glaube ich, kein Plastik mehr. Aua. Aber ich komme auch... Ich denke, der überlebt so viel mit diesem Kack-Sperr. Es ist schade, dass man eigentlich keine... Oh, oh, Alter, ich bin gerade gesunken. Aua. Scheiße, jetzt habe ich ein bisschen verkannt. Hallo, komm mal her, Alter. Ich wollte eigentlich... Okay, der schluss, aber weg von mir. Oh, jetzt Plastik, wichtig. Ach so, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen. Wie viel braucht man für einen Plastik-Haken? Ah, okay, das ist ja easy. Ah, mein Sperr ist kaputt. Scheiße, ich brauche mal kurz den Sperr. Ach nee, da ist eine Mühe. Ey. Gib mal deinen Sperr her. Wieso ist jetzt... Mein zweiter Bildschirm ist aus. Die Null war dein Bildschirm ausgemacht. Hä? Aber wieso denn das? Deine Grafik-Karte ist abgeschmiert. Ja, ich... Oh, der Hai ist tot, der Hai ist tot. Wir müssen looten, 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 looten. Oh ja. Ich habe den Hai umgebracht. Das war literally einfach nur noch ein Schlag. Boah, ich habe einfach nichts bekommen. Versuch einfach so richtig viel Metall und, ähm... Einfach alles mitnehmen, was man findet. Ja, alles, was du, alles... Fein, Fein, Sand und... Sand, Schrott und, ähm... Ton, oder? Oder Eisen, Eisen. Ton, genau, Ton. Eisen, also... Also Metall-Erz und Kupfer-Erz. Ja, genau. Ich ertrink ja einfach Hilfe. Geil. Also Sand auch, oder wo ist Sand? Ah, das ist auch mit Öl. Öl? Achso, meine Dinge sind jetzt kaputt. Genau, Sand ist auch wichtig. Sand und Ton brauchen wir für eine Schmelze. Oh, Alter! Boah, der, das ist so ein Kloß. Ja, bei mir auch. Das täuscht man immer so. Ich möchte noch dazu sagen, ich höre mich ein bisschen erkältet. Und ich bin zwar nicht erkältet, aber ich habe eine Mandeln in Zinnung. Und deswegen, ja... Bruder, was kannst du eigentlich? Die Jungen sind ja froh, dass ich wenigstens mit dir trotzdem ausnehme. Hey, jetzt regnet es unter Wasser. Das gibt ja absolut keinen Sinn. What the fuck? Ja, ich sehe die Regentropfer unter Wasser. Würdest du sagen, wir nehmen jetzt so eine halbe Stunde auf pro Video? Wenn man noch ein bisschen was hat. Ja, ich muss halt gucken. Also, je nachdem halt. Oh, Gott, Alter. Ja, stimmt. Aber wenn wir so... Oh, es regnet nicht. Wirklich. Wenn wir so viele Konne draushauen, können wir dann auch nicht ewig schneiden, oder? Okay, eben. Hey, wir sind einfach auch Deliverer, ne? Komm wieder runter. Mein Game. Mein Game ist so leise, oder? Ich habe einfach nur Guck auf dem Ohr. Das könnte auch sein. Nee, bei mir ist das, glaube ich, ganz gut eingestellt, jetzt hier auch mit Zaun. Wenn wir reden, ist es immer schön im gelben Bereich. Das heißt, nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Das Game immer schön ein bisschen vor dem... Bei mir war es beim letzten Mal perfekt eingestellt, aber jetzt ist es irgendwie so lang. Ja, schade, ne? Brauchen wir Steine auch? Äh, Steine... Nein, nimm erst mal mit. Wir können erst mal alles nehmen, was wir kriegen können. Ja. Sonst können wir das immer noch wegschmeißen. Eben drum. Außerdem Steine brauchen wir immer für diese Rufanker. Da trinkt jemand. Alter, wie lange geht es denn, bis ich mal oben bin? Hilfe, Junge. Ich soll wieder ein bisschen essen, sonst brecke ich hier schon wieder. Auch jemand hat die Kartoffel genommen. Och, nee. Ja, ich forz. Ich habe mal Haifleisch. Wir können dann Haifleisch braten. Wir haben ja endlich... Oh, ey, go, ey, go. Essen haben wir, glaube ich, langsam relativ im Griff. Auch in der letzten Folge die Folge beendet mit Ja, wir haben nur Essensprobleme und jetzt sogar am Anfang der nächsten Folge. Jo, ich glaube, es ist erstmal. Wenn wir uns hier unsere Beete anschauen, hier alle Kartoffeln kann ich gerade ernten. Die roten, nö, äh, ja, die roten Beete hier noch gerade nicht. Aber dann haben wir da drüben. Wir haben ein bisschen Essen. Also Fisch jetzt. Genau. Toll. Ach, das war ein Kunststoff, der Chef. Digga, guck mal, wie weit ich weg bin von unserem Raft. Wo bist du? Hallo. Hier hinten, ne? Hä, wo? Guck mal. All das hinten da, so? Genau, wie weit springst du? Das ist gehoben. Ja, ich bin nicht unten. Hier hinten ist noch, hinten ist noch richtig viel Zeug. Dann such doch. Moment, der Hai wieder. Komm nicht nach. Ich habe auch schon 10 Schrott, Alter. Krass, ey. Ja, ich habe mein Zeugs immer direkt wieder reingeschmissen. Oh, der Hai ist wieder da. Scheiße. Och, nee. Das ist jetzt aber unnötig, Hai. Ich habe mich gerade schon einmal angeknabbert, Alter. Das hat jetzt die Pferde selbstbewässert, weil es regnet. Ja, genau, weil es regnet. Ja, das ist ja geil. Oh, da kommt der Hai ja schon wieder. Lieber Regen. Geh mal weg, Alter. Aua. Oh, ich muss zurückkommen, Junge. Oh, Gott. Ich ertrink auch noch. Hilfe. Oh, Gott. Ich sterbe. Ja, schade. Oh, ich bin gesperrt. Achso, dann hast du die Pferde genommen. Oh, Gott. Mein Bildschirm ist alles grau. Ich habe 1 mm HP. 1 mm. Wie ein GTA, Alter. Let's go. Guck mal. Hey, lol. Raft. Lass dir meine... Aber das beeinträchtigt meine Sicht. Wir müssen irgendwo mal aufhängen. Hängen? Hängen halt. Ja, tu mal leid. Ich kann keine Leute. Wir müssen mal gucken, ob das jetzt schon reicht, was wir jetzt haben. Ich mache mal einen nassen Ziegel für die Schmalze. Ja, nasser Ziegel. 1, 2, 3. Okay, wir brauchen noch mehr Ton. Aber egal, dann fahren wir erst mal weiter. Ähm. Ja, cool. Weil ich bin jetzt zu low dafür. Oh, ne Kartoffel. Cool. Ach, Mann. Aber ich kann sie dir geben. Ich habe sie noch nicht gegessen. Komm, ich mache mal den Anker weg. Okay, dann wollen wir weiter, ne? Ja. Ich will aber dieses Ding wieder ausziehen. Ist irgendwie nicht so praktisch. Na, das beeinträchtigt halt deine Sicht. Bauen wir auf dem Dings ein Haus dann? Oder was machen wir dann genau? Da, hier halt los. Ja, erstmal noch nicht. Wir müssen erst mal das Fluss so weit bauen, dass wir überhaupt darauf leben können und nicht, dass wir irgendein Haus haben, Alter. Das ist erstmal das Wichtige. True. Jetzt brauchen wir alles für eine neue Kiste. Unsere Kiste ist was voll. Und wollen wir auch schon jetzt mal anfangen mit Sammelnetzen? Ja, das sowieso. Aber warte mal kurz, warte, warte. Okay. Ich muss kurz noch mal mein Game laufen. Oh, warte. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich irgendwie noch was forschen kann. So, ich mache jetzt alles auf 100%. Das passt jetzt. Ja, genau. Wir können noch was haben. Haben wir eine Muschel gefunden? Ich habe eine Muschel gefunden. Okay. Zwei Stück. Pack die mal dann da rein. Schmutz. Oh, und meine Tungen können wir auch. Hast du Tungen gerade im Inventar? Ach nee, unser Feuer ist ausgegangen. Scheiße. Guck mal, wir können jetzt Vogelnest machen. Oh, cool. Aber ich glaube, wir haben alles erforscht, was wir jetzt aktuell haben. Stille. Stille. Ja. Ich habe, wir haben auch schon so ein bisschen... Ich kann auch diese Fischen. Genau, eil du mal ein bisschen. Oh, scheiße, jetzt habe ich hofft. Lol. Ach, lol. Wir könnten eine richtig gute Köder bauen. Ich habe eine Idee. Kommt das gut, ist die Frage. Hast du noch Palmenblätter? Ja. Ich habe noch ein bisschen was. Oder Seile. Ich habe beides. Dann gib mir mal beides, bitte. Okay. Oh, wie kann ich das jetzt trocken? Warte, ich kann es gerade nicht. Blatt. Warte, kurz. Komm mal, guck mal, guck mal. Und? Nee, noch nicht. Warte. Ja, jetzt guck mal, guck mal, guck mal. Ne Macrele. So. Ne Macrele. So, ich habe dir mal alles getroppt, was ich habe. Mein Pass. Oh, nee. Spade. Ähm. Weil ich mache gerade Sammelnätze. Das reicht trotzdem nicht. Ja, man braucht halt echt viel Seil, ey. Das ist ein bisschen das Problem. Alter, der Sonnenuntergang. Richtig geil. Digga, er spiegelt sich einfach in der Wassermalone. Der High kommt. Oder? Nö. Nö. Ne, der trollt wieder mal ein bisschen. Der trollt wieder rein, Mann. Ja, wirklich, ne? Voller bitte Schiss, Alter. Alter, das ist auch beschiss. Es hat geleckt. Ah, ja, das sage ich auch immer. Stimmt, bei mir lag das jetzt gar nicht mehr. Das ist mir gerade so aufgefallen. Oh, ich habe weder einen Schenk bekommen. Zack. Boah, ne U, Alter. Geil. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal einen richtig dummen Fehler gemacht. Aber das muss ich mal gucken gleich erst mal. Ja, so wie ich in Prison. Ne, ne, nicht ganz so dumm. Ja, danke. Ne, doch nicht. Alter. Und zwar nämlich, ich habe nämlich nochmal meine erste Raft Staffel angeguckt. Ja. Und zwar mit Mann und Niel so. Stimmt, ja. Und die Sache ist halt so. Wir hatten doch die Rezepte für den Empfänger und für die, für die, ähm, also Empfänger und wie heißt das andere Ding? Antenne. Und ich habe diese Baupläne direkt entsorgt. Direkt wieder weggeschmissen, weil ich dachte. Nein, aber die Sache ist halt so, die sind selten. Und das sind die wichtigsten zwei ersten Sachen, ne? Und ich habe die direkt weggeschmissen. Und dann habe ich gesehen in dem damaligen Raft Projekt vor ein paar Jahren, dass es so war, dass man das erst auch noch in den Forschungstisch machen musste. Achtung, Rex, ich habe keinen Speer. Ich soll mir mal einen kaffen. Dass man die erst mal in den Forschungstisch machen musste wieder. Aber, das wurde gepatcht. Ich war mir nämlich relativ sicher, aber als ich das gesehen habe, war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Es wurde gepatcht, dass man nicht das erste in den Forschungstisch machen kann, sondern direkt, wenn man dieses Rezept halt kriegt, äh, das machen kann, wo. Habe ich jetzt, och, nee, jetzt habe ich das. Oh, ja, der fährt auf. My King, wollen wir das viermal so als Mitte unseres Rafts bestimmen und dann bauen wir, wir haben keine Mitte, wir brauchen vorne noch unser Dingungsmeer, aber, dass wir dann so rechts und links so einen Flügel quasi dran machen, können wir zusammen netzen. Ja, dann bauen wir dann quasi so ein Flugzeug und dann heben wir ab. Genau. Genau. Schäber. Nichts, ja, nee, wir dürfen nicht singen, sonst bekommen wir wieder Copyright-Streig. Ich mache mir jetzt noch einen Speer, weil... Du weißt, was meine Meinung dazu ist? Was ist deine Meinung dazu? Achso, ja, ja gut, wir können auch nicht so gut singen, dass das irgendwie jemand, ne? Ja, eben, warum noch deine Xe? Deine Xe, fuck. Alter, was ein Snipe. Ein Snipe. Junge, die Wellen wagen so rum. Echt bei mir halt irgendwie so... Aber ich glaube, sie haben das gepatcht, dass man jetzt mittlerweile auch bei Wellen, dass da auch so Zeug kommt, weil früher war das so, dass bei Wellen und Stürmen keine Gegenstände kam, was einfach Fensinn ergeben hat. Ach, das ist zu ein behindertes Spiel. Och, nee, jetzt... Boah, jetzt haben wir halt die nächste Runde fast keine Kartoffeln mehr, sondern nur noch so anderes Zeug sein. Rote Beete halt. Achso. So, ich habe Sammelnetze gemacht, mein King. Aber ich würde die halt gerne dann auch absichern, wenn wir die geplatzt haben. Hä, wo hast du die? Nein! Oh mein Gott, bin ich dumm! Hä, wo sind denn die jetzt? Ja, in meinem Momentar. Achso. Oh, die trockenen Barren sind. Die nassen Ziegel sind jetzt trockene Ziegel. Guck mal, die erforschen wir jetzt. Und jetzt können wir die Schmelze erlernen. Oh ja. Die Jungen. Dein. Aber da brauchen wir sechs Ziegel für und wir haben nur zwei. Dann machen wir mehr. Ne, können wir nicht. Da vorne ist eine Insel. Da brauchen wir Ton und Sand für. Ja, da vorne ist eine Insel, Rett. Ich würde sagen, wir bauen einfach dann, also so eine Linie mit denen, oder? Und dann einfach so nebendran immer so eine Plattform halt. Genau. Dass das abgesichert ist. Das vorne ist dann immer so hier. Ja, genau. Genau. Ach man. Aber wir brauchen das auch noch auf der anderen Seite. Hast du irgendwie Holz und Plastik für mich? Äh, äh. Ich habe ein Holz in meinem Momentar, aber in der Kiste ist doch... Okay, ne, in der Kiste ist nichts mehr. Habt ihr zwar noch drei Kunststoff? Jetzt habe ich das noch rausgeloadet. Perfekt, Kunststoff fehlt mir. Holz habe ich sogar. Cool. Guck mal, jetzt haben wir auf beiden Seiten schon mal nur noch eine Fläche, wo er angreifen kann. Und es kaputt machen kann. Nice. Hey, gibt's das jetzt sogar so, lol? Da vorne ist, wie gesagt, eine Insel, ne? Wollen wir auf die zusteuern? Dann können wir einen neuen Anker bauen, kurz. Hä? Guck mal, es gibt jetzt ein stabiles Fundament. Das sieht viel schöner aus. Hehehe. Aus Beton, oder was? Das kostet doch von beiden eins mehr. Ja gut, aber das ist ein mehr für das denn... Boah, ein Bücherstapel, das ist ja geil. Stimmt, warte mal, ich habe auch noch eins. Ist das süß oder Salzwasser jetzt? Ne, komm, wir werden das... Läppig. Oh. War richtiges Wasser. Na, egal. Ey, das Wasser, du hast keine. Bist du dumm? Hä? Ich bin... Digga, du musst das aus dem... Wie kann ich das auch hier am Rand rausnehmen? Mit rechts hier gedrückt halten. Das gibt es aber nicht. Hallo? Ja, ich muss da was an der Kasse. Och man, ist das scheiße. Du musst rechts hier aber gedrückt halten, du Penner. Du Penner. Ist ja so. Ach, danke. Och man, ey. Ey, ich habe die übrigens... Also vielleicht auch für die Leute... Ich habe ein neues Instagram. Weil irgendwie... Das habe ich gesehen. Ich habe dich noch geedit heute, morgen. Also, so ein bisschen vor der Aufnahme. Das Ding ist... Meinen privaten oder meinen offiziellen? Meinen offiziellen habe ich geedit. Das Ding ist... Okay. Wenn ich mich einloggen will, wenn meine alten Daten... Sagt Instagram, nee, Digga, geht nicht, weil du hast irgendwie... Dings, du hast irgendwie gegen unsere Datenschutzrichtlinien verstoßt und bist jetzt gebannt oder so. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber dein Account ist auch da, den sehe ich. Den sehe ich noch. Ja, der Account existiert halt noch. Das finde ich so komisch. Aber ich kann mich halt nicht mehr anmelden, weil sie sagen, nee, Digga, du hast da irgendwie... Dreck am Stecken. Du bist nur in so einer Woche. Nee, keine Ahnung, was das ist. Aber deswegen... Jetzt sind alle Links eigentlich auch angepasst. Außer bei den alten Videos. Ich mag nicht alle meine Videos durchgehen. Aber bei den neuen ist das geändert. Wie gesagt, Red, die habe ich auch gefolgt. Von daher, du wirst ihn finden. Das ist perfekt. Och Mann, ey. Was ist jetzt los? Ja, ich habe ihn fast verpasst. Letzten mal gucken, ob wir einen Anker machen können. Wie den Wurfanker. Okay. Oh ja, stimmt. Wir sind ja literally da. Weil ich da gerade hinpaddelt. Wurfanker. Ich bräuchte noch ein Seil und drei Steine. Aber Steine haben wir bestimmt noch. Genau. Und ich kann die Seile geben. Ein Seil brauche ich noch. Ja, drei. Ich wollte eins von etwas. Ach so, sorry, Alter. Ich platziere den einfach hier. Kannst mich mal, Alter. Hä? Ach so, ich muss den drehen. Loll. Ich werfe den jetzt. Oh, der Hai beißt. Ich bin runtergefallen. Ich will auch Hilfe. Der Hai beißt. Ich springe ins Wasser. Oh, Alter. Juhi. Okay, wir sind da. Oh, bin ich dumm. Alter, ich bin ja fast tot. Ich habe gar nichts gegessen. Michael, komm mal her. Guck mal, ich habe hier so auszusehen so ein krasses Ding gemacht. Och, nee, jetzt ist er aber scheiße. Ja, aber das bauen wir ja eh wieder ab. Ah, okay. Alles. Wir suchen uns einfach wieder. Ich brauche jetzt einen Kunststoff. Hast du einen Plastik? Ähm. Nee. Ich brauche einen Plastik, Junge. Okay. Wollen wir jetzt hier, wo wir bei der Insel sind, bei der zweiten Nacht, nee, der erste Minute, aber egal. Weil ich bin jetzt auch bei einer guten Viertelstunde ein bisschen mehr. Ist das okay für diese Folge oder wollen wir noch länger? Das musst du doch selber wissen. Ja, okay, nee, dann sagen wir, hier ist Schluss, ne? Jetzt ist es fertig, lustig. Leute, hier bei dem wunderschönen Sonnenaufgang, äh, war es das mit diesem Video? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da. Schaut bei Red vorbei, natürlich. Äh, schaut unbedingt auch in die Playlist. Da sind alle Folgen drin, also auch die bei Red. Ja, der zweite kommt ja bei Red, weil ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal begrüßen dürfen, hier auf unserem kleinen Chaosfloß. Wir müssen dem unbedingt mal noch einen Namen geben, dann, ne? Ja, die Titanic, Alter. Die Titanic, Alter. Titan einfach nur. Der Titan, Junge. Das ist Titan einfach jetzt. Okay, nice. Leute, das war für die Wiederfolge. Äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020